Bhagavad-Gita, Vers 4.19 Wer in allen Handlungen frei von Verlangen nach Sinners Befriedigung ist, gründet in vollkommenem Wissen. Die Weisen nennen ihn einen Handelnden, dessen fruchtbringende Arbeit vom Feuer des vollkommenen Wissens verzerrt ist. Erklärung Nur ein Mensch in vollständigem Wissen kann die Aktivitäten eines Menschen im Krishna-Bewusstsein verstehen. Weil der Mensch im Krishna-Bewusstsein frei von allen Verlangen nach Sinners Befriedigung ist, hat er die Reaktionen auf seine Arbeit durch vollkommenes Wissen verbrannt, denn er hat seine wesenseigene Position als ewiger Diener des höchsten persönlichen Gottes erkannt. Wer diese Vollkommenheit des Wissens erlangt hat, ist wirklich gelehrt. Die Entwicklung des Wissens, der ewige Diener Krishnas zu sein, wird mit einem Feuer verglichen. Ist solch ein Feuer einmal entzündet, kann es alle Arten von Reaktionen verbrennen.